Nur noch zwei Tage bis Weihnachten und dennoch öffnen wir heute auch wieder ein Türchen. Es gibt wieder etwas zu gewinnen und das 22. Türchen in unserem Adventskalender hier auf Radio Mittelweser wird Ihnen präsentiert von Caponcino Chillen, sich mit Freunden treffen. Im Caponcino Kaffeehaus in der Langenstraße im Herzen von Nienburg ist das möglich. Der Erfolg des Caponcino spricht für sich. Aber gehen Sie einfach mal rein und überzeugen sich. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag, von 9 bis Open End. Wenn Sie diesen Gutschein also jetzt haben wollen für ein leckeres Frühstück zur Zeit beim Caponcino, rufen Sie jetzt an 050 21 40 30 Nienburger Vorwahl und dann die 40 30. Radio Mittelweser. Wir sind von hier.